Nicht mich heilen, verdammt. Ah, shit, das war zu viel. Wow. Hallo und willkommen zu einem weiteren Eldenbring-Video. Ich befinde mich in dem verbotenen Lande nach Hauptstadt Lane Dell. Es gibt nur den einen Weg, denke ich. Verbotenen Lande. Und hier befindet sich, wo ich stehe, eine goldene Sorte. Die habe ich gerade außerdem schon eingesammelt. Warum auch immer, ist auch egal. Hier auf jeden Fall befindet sich sie. Aber darum mache ich nicht das Video. Zum Weg. Die füllen nur eure Tränke auf. Sondern hierfür mache ich das Video. Verehrer der schwarzen Klinge. Nicht mich heilen, verdammt. Ah, shit, das war zu viel. Wow. Ich wollte eigentlich... Flamme gib mir Kraft nutzen und nicht Flamme heile mich. Ah. Ha. BAM. Wie viel bringt er und was bringt er? Ja, 72.000. Und Gargol-Doppel-Schwarz-Klinge. Und Gargol-Schwarz-Axt. Ha. Einmal zwei Waffen. Okay. Gargol. Das ist die helle Borde. Also wir haben schon die Gargol-Helle Borde. Wir haben die Gargol-Groß-Axt. Die Bronze in der Groß-Axt eines tapferen Gargol. Repariert mit geschwärzten Leichen-Lipid. Verursacht Heilig-Schaden. Das Symbol aller, die Maliketh der schwarzen Klinge dienen. Kriegsgebrüll. Kennen wir schon. Gargol-Doppel-Schwarz-Klinge. Die Bronzen-Doppel-Klinge eines tapferen Gargol. Repariert mit geschwärzten Leichen-Lipid. Verursacht Heilig-Schaden. Das Symbol aller, die schwarze Klinge dienen. Wirbel-Hieb. Stärke C. Aber auch noch Klaube drauf. Wirken auch gar nicht schlecht die Dinge. So, das war der Boss, den ich zeigen wollte. Verehrer der Schwarz-Klinge. Oder sowas. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Elden Ring Video wieder. Hau rein. Ciao, ciao.